Eine stylische Hose, ich hab nix zu meckern. Und auf der anderen Seite, Team Undisputed hat auch einen richtigen Klopper mitgebracht. Ja, und da haben wir ein richtig hartes Debutanten-Setup, oder? Ja, da hörst du die unserer Undisputed-Ecke da, ich könnte dich kaum hören da an dem, was du gerade gesagt hast, meine Güte, das hart die Leute. Das wird jetzt sehr interessant sein. Jetzt, ja, der Justin Detzel aus Minden vom Team Andisputed. In der schwarzen Team-Short. Und Wuhan hier in der Phantom-Short mit dem Neon-Aufdruck. Und jetzt, ja, hier im Mittelgeficht zwischen 83 und 84 Kilo bewegen sich die Jungs. Ja, vom Alter her auch nicht so'n großen Unterschied, 18 und 19. Und beide aus großen Teams, das Fight Club-Team ist groß, das Gute ist groß. Das ist jetzt natürlich so ein richtiger Proxy-Krieg hier zwischen den beiden. Oh, Inside-Low-Kick, direkt ins Knie. Gut, Wuhan. Boah, abgefangen, da, abgefangen, da ist er unten. Jede Aktion wird hier bejubelt. Wuhan muss sich verteidigen, genau. Ja, tut er auch gut, tut er auch gut. Sehr gut, wegframen, wegframen. Platz machen und escapen. Auf der anderen Seite den Pin sichern. Schön Position sichern, Guard etablieren. Zu ihm hin, zu ihm hin und aufstehen. Aufstehen, Wuhan. Passieren, Justin. Passieren, sein Hoch. Einmal aufstehen, Wuhan. Platz nicht versucht die Position auszuweiten hier. Rhein, 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 rhein. Lassen ihn in deinen Kopf, schieben ihn unter seinen Kinn. Bajano au bichere, bajano au bichere. Jetzt kommen die Schläge direkt vor uns. Ja, aber das sind jetzt richtig kritische Treffer hier, die Schaden verursachen. Wuhan regelt die Distanz hier sehr gut. Schön, Kontrolle über die Arme herwringen. Justin arbeitet hier weiter. Ground and Pound. Guard Pass. Sweep, stop mischen. Irgendwas passiert hier jetzt. Cage Wall nutzen, komm, nicht griffeln erstmal. Jetzt geht hier wieder, diese wilde Haymaker von Justin. Jetzt ist er genau in seiner Ecke. Ja, direkt. Dann wird er nicht angefeuert. Ja, direkt, direkt. Das ist natürlich für Wuhan ganz, ganz schlecht gesteckt das Deck. Ja, keine Soccer-Kicks, wenn die Leute am Boden liegen, ja. Das war der Übereifer, ja. Das kommt schon mal davor, aber liegende Gegner dürfen nicht getreten werden. Sobald jemand hier gegroundet ist, dieses vereinigte MMA-Regelwerk gibt es nicht hierher. Sobald du mit drei Punkten deines Körpers den Boden berührst, darfst du halt nicht mehr gekickt werden. Oh, meine Güte, da ringt die Glocke. Ich meine nicht die Kampfglocke jetzt. Noch sechs Sekunden in diesem Kampf. Meine Güte. Die Emotionen hier in der GLC-Arena kochen hoch. Ja, da diesen Fang, das war der Anfang da von dieser... Die Leute stehen teilweise. Die sitzen nicht mehr. Der Kick hat gesessen. Gute erste Runde, würde ich sagen. Ja, das ist auf jeden Fall Amateursport vom Feinsten hier. Bei GMC Olympics 121 live aus Gelsenkirchen. Wie gesagt, wir sind dieses Jahr auch noch im Norden. Und zwar in Bremen oder nahe Bremen. Und wir sind auch noch Mitte des Jahres im Osten. In Schönebeck. Also wenn ihr die Gelegenheit habt und die Chance und die Möglichkeit, dann kommt live vor Ort. Die Stimmung ist echt körperlich. Wir bringen die Stimmung mit. Ja, da hörst du jetzt von beiden Ecken. Einmal Justin, einmal Bohrhaar. Ja, das bietet Ecke. Ziemlich laut da. Wir gucken jetzt. Schön, Endzeit. Low kick. Lach bleib bis zum langen Ende. Ja! Da geht's. Ja! Ja! Ja, da geht's wild. Ja, überrasend. Hände hoch. Beschützt euch. Alter, Alter. Wilder linker Schwinger. Mir fällt gerade auf. Johann kämpfts Hauskorn. Er steht halt versetzt von dich. Ja. Ja, inside-O-Kick. Ich wollte es gerade darauf anspielen, dass es genau die Konstruktion ist. Ja, wir haben die All-Kicks eins nach dem anderen. Ja, wieder inside. Der Kick. Komm aus dem nach. Komm aus dem nach. Hände hoch. Jetzt Schläge hinterher. Wieder den Kick da von Justin. Ja, die halten auf jeden Fall nichts zurück, die beiden. Kick tief. Schön bewegt. Der Kick war gut. Ja, war gut. Bereit in den Kopf. Ja, der Kick jetzt die Schläge. Vor allem an dem Käfig. Mann, ihr riecht dieses Schweiß und Blut auf uns wieder. Crazy, Mann. Krass. Ja, wieder dieser Inside. Low Kick. Vorsicht damit auch. Der verirrt sich gerne auch mal in den Schritt. Da wäre es auch früh schon fast geführt. Jürgen, 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 Jürgen. Oh, der ist gut. Wow. Vor allem bei so einer Stimmung. Da hat jetzt die Schläge. Rohan muss sie abkassieren. Wir sind Justin immer wieder durch. Nicht die gegnerische Deckung. Da kann man wieder durch. Linken herken. Hände hoch, Bohan. Ja. Schöne Mike-Bewegung. Bohan ist noch nicht besiegt hier. Weiter von entfernt. Komm, einmal muss es einmal schließen. Jetzt auch. Gut abgeduckt mit dem Kunter. Jetzt nach oben. Nach oben. Nach oben. Aber gut, dass du noch mal einzelne Schläge schlagen. Keine Kombination. Und dann kommt der Take von Jürgen an. Räuchte hier auf die Seite. Boah, das ist die zweite Runde schon oben. Resspille, Jürgen, Resspille. Ja, schon spät. Aber meine Güte, die beiden. Die beiden Tiere da drin. Es wird nur wilder und wilder nach dieser letzten Pause. Der Kampf davor mit der Wildcard. Jetzt. Wirklich vom Feinsten bei der GMC. Dann kommt der集i- Wolfgang. Also. Du bist nicht so negativ. Du bist nicht so negativ. Wir stehen hier an. Du bist nicht so negativ. Du bist nicht so negativ. Aber dieamiens, so negativ. Ja, bereit, bereit, bereit! Zu sagen, dass die undisputete Ecke drin im Kampf ist, ist schon ein bisschen ein Understatement. Aber jetzt dritte Runde, drei Minuten noch in diesem Kampf. Inside Low Kick nochmal von Justin. Wow, Bruder! Die Fäuste von Justin sind einfach sofort zur Stelle. Das war ein Kampf heute. Oh, Superman Punch! Superman Punch, auch noch eben so ausgepackt. Oh, er hat gesessen! Das erste Hacken direkt aufs Ohr durch. Na gut, da hat er Verteidigung da von Burhan... Vorbereiten, Burhan! Vorbereiten, Burhan! Von Bidayan, vorbereiten! Vorbereiten, Burhan! Von Bidayan, Burhan! Von Bidayan! Von Bidayan! Ja, hey! Von Bidayan! Von Bidayan! Von Bidayan! Von Bidayan! Von Bidayan! Von sustainability! Von Bidayan! Von Bidayan! Von Bidayan! Von Bidayan! Und jetzt hat er ihn in dem Headlock. Ja, der war wirklich nicht wichtig. Wir sehen noch einen guten Spambel hier am Boden. 40 Minuten noch auf dem Timer. Heide, Buran, ist nicht mehr lange. Genau, jetzt den Kimura auspacken. Pack den Kimura. Ich hab ihm das beigeracht, den Kimura. Ja, da kann ich dir nur zustimmen, wenn er aussage. Der Silent Killer mit mir. Bayern, wenn er rief die Killer in diesem Kampf. Richtig weiter. 15 Sekunden noch. Was ein Kampf. Es ist jetzt noch milder, noch milder jetzt. Nur ein, 5 Sekunden noch. Jetzt pack er noch mal alles aus hier. Und der Abflug. Crazy, dude. Crazy. Was ein Kampf. Wow. Ja, und ganz mittelndlich hier. Oh, du auch. Richtig, man. Easy. Easy. Leute, MMA ist das Geilste. Run, dash und wir können. So, das war doch ein schöner Kampf hier anzusehen hier. Einen Applaus hier für Justin und Justin. Vielen Dank. Ich bin Justin, der Sieger. Hier war nur einer. Und wir kommen 2 zu 1 nach Punkte auf der blauen Ecke. Justin. Ich bin Justin, der Sieger. 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 Untertitelung des ZDF, 2020